Was für ein Powercouple. Bei der Filmpremiere von Reragout Rendezvous in München werden Thomas Müller und seine Frau Lisa verliebt Seite an Seite abgelichtet. Im Matthäser Filmpalast in München strahlen sie nebeneinander und genießen sichtlich den Abend. Seite an Seite sitzen sie im Kino. Mit den Köpfen zueinander geneigt wirken sie so verliebt wie damals. Sie zeigen, eine Liebe, wie die beide sie haben, ist wahrhaftig etwas Besonderes. Denn für den Fußballstar war es Liebe auf den ersten Blick. Er lernt seine Frau durch Freunde kennen. Der damals 17-Jährige verliebt sich in die gleichaltrige Lisa, die selbst im Sport als erfolgreiche Dressurreiterin und auch als Pferdezüchterin tätig ist. Thomas macht seiner Lisa dann den Antrag und das Paar heiratet 2009 trotz ihres jungen Alters. Genauso verliebt sind die beiden bei der Filmpilmere. Das Power-Duo zeigt, ihre Liebe bleibt auch nach all den Jahren bestehen.